Musik Ich habe gerade einen Rheiser gesichtet. Ganz schön schnell, der Kerl. Stand by. Er ist verschwunden. Stand by! Ich bin hinter dem geweldeten Fahrer. Wir sind abseilig. Verfolgerung aufgenommen. Zentrale 1085. Wir brauchen Verstärkung. 10-4, 3 Delta 20. Einheiten haben sich gemeldet und sind unterwegs. Fahrzeug entdeckt. Schickt Einheiten höher. Achtung, alle Einheiten. Wir haben einen cool Fleckverfleck, das sich weigert anzuhalten. Die Einsatzleitung meint, alle freien Einheiten an auf CAT-2 umzuschalten und auf Empfang zu gehen. Alle Einheiten auf dem Weg zur Verfolgung. Zuletzt wurde der Verdächtige gesehen in Richtung Osten auf dem Canary Way. Set. 1085. Ich glaube, ich vertreibe. Wir sind noch an ihm dran. Nichts Neues. 1059. Bei der nächsten Gelegenheit ist er dran. Zentrale können wir einhalten, seine Routine 1073 vorausschicken. Leider negativ. 26. Ähm, im Moment, es dauert leider noch. Haben wir nur Einheiten im Notansatz. Zentrale, wir brauchen einen Abschlusshaken, der das Chaos hier wegrollt, bevor das Verkehr sich dann los. Eine Einheit verloren. Ja ohne, wir haben eine Einheit verloren. 10000. 1060. Sieg, der ausbreitet. 100 ribus. 10000. 10000. 10000. Der Typ hat auf unseren Wagen gerammt. Versuchen, die Verfolgung fortzusetzen. Der Klautung hat das riesige Sachschaden. Der IC sollte sich das mal ansehen. Nein, wir müssen ihn weiter unter Druck setzen, dann können wir ihn stoppen. Fahrer rast durch die Dosenverbring. Achtung, alle Einheiten, wir gehen auf Alarmschlüssel 2. Beschäftige, verdächtige Fragfeld gesichtet. Einheit ausgefallen, wiederhole, Einheit ausgefallen. Wir sind bei dem Verdächtigen dran. Mann ist der schnell. Hab ihn verloren. Sperrt die Gegend ab. Mal sehen, ob wir ihn erwischen. Fahrzeug entdeckt. Schickt Einheiten höher. Achtung, südöstliche Streife. Einheiten verfolgen ein Unfall, Flüchtigen, Verdächtigen. Momentan in nördlicher Richtung, auf der Brüssel Road. Einsatz wird koordiniert auf Kanal 3. Er hatte Crash, wir retten vor. Wir fahren auf den Camping-Class. Festnahme negativ. Verfolgen ihn weiter. Er hat alle anderen ausgelockt. Gibt es noch Einheiten, die ihr hier her schicken könnt? Verstärkung ist in wenigen Minuten da. Verstärkung ist in wenigen Minuten da. Zureis, warte mit der Fahrt der Einheiten, direkt vor den Verfolgern. Sitzend ein. Sitzend ein. Charlie-17. Ich bin direkt dahinter. Trag mich auch was ein. Sitzend ein. Schickt das Gebiet ab. Ab dem Ziel verloren. Alle Einheiten der Code-3-Verfolgung. Der Verdächtige wurde zuletzt gesehen in Fahrtrichtung Osten durch Dunwich Village. Ihr habt grünes Licht. Absperrung des Sektors ist genehmigt. Schale 15, 1073 südöstlich von letzter 20 des Verdächtigen aufgebaut. Alle an der Verfolgung beteiligten Einheiten. Einsatzleitung ordnet an, auszuschwärmen. Untertitelung des ZDF, 2020 Achtung, östliche Streife, ein im Zusammenhang mit Unfallflucht gesuchter Verdächtiger wurde soeben gesehen. In östlicher Richtung durch Darwin's Village. Einheiten im Zielgebiet bitte melden. Ja, ja, ja. Verkehrsverfall. Leichter 10.36. Verdächtiger weiter flüchtig. Verdächtiger verloren. Schickt Einheiten vor Ort, die das Gebiet nicht kennen. Einheiten der Q3-Verfolgung. Fahrzeug wurde zuletzt gesichtet in Richtung Osten durch Darwin's Village. Sektorsperrung wurde genehmigt. Zusätzliche Einheiten werden zur Verfügung gestellt und im Perimeter zugeteilt. Zentrale Hiltzjahre 1 werde von zwei Einheiten unterstützt. Brauchen Sie etwa drei Minuten für die Sperrung. Spannende Hiltzjahre 1 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 Okay, du hast diesen Baron auf dich aufmerksam gemacht. Er will unbedingt gegen dich fahren. Also los! MADO UNDER TECK 2! Das war's für heute. WDR mediagroup GmbH 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 Das ist so weird, we never seen it get somewhere in the 90s. I don't know how you can do it. Keep the cuffs, enjoy your donuts, sir. You ain't gonna find me. It's not like it. Chasing the coach with no play, slow down. We're locked in, ready. Stop playing the hot man, give me that pace. Time's up, today I'm just gonna do it. I need a minute close for the package. Too quick, no more, better for better. No way, so... All right, stop playing the pot. We're gonna do it. We're gonna do it. We're gonna do it. You can't go. We're gonna do it. You're gonna do it. I'm gonna do it. I'm gonna do it. Come on, man, you can't be real, but I'm so good. What it is, I'm gonna hand the bill. I'm gonna do it. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Einheiten bitte melden und anrücken Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020